So, jetzt bin ich da oben am Atomkraftwerk. Schon wieder mit dem da. Na ja, hallo. Und da unten wollen Sie was bauen. Was ist das? Was sagt mir was dazu? Was ist das? Das ist ein riesengroßer Grill. Ein riesengroßer Grill. Nein, ich glaube, da wollen Sie... Da wollen Sie Strom gewinnen. Die rechnen aber, dass die ja zu einsparen, die sind Kilogrammwitz. Na gut, wenn du meinst. Und da werden wir die Aktivisten opfern. Das finde ich so ein Blödsinn. Ja... ... ... ... Ich glaube, in der Zeit geht es schon ein bisschen zu. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen zu kürzeln lassen.